Kannst es ja konfigurieren! HÄHH?! HÄHH?! DUUIsS! Ich bin der Einzige, der oben stillgeblieben ist. Ich hab euch alle den eingenasset abgesagt. Schade. Na ja, jetzt sieht er voll lustig aus. Da da hinten oder was immer das alles in dem Gummel ist. Was ist das Links?! Das ist ne Metalpflanze, ja, die headbangt! Hahahaha, nur die Junger springt! Oh, neiiiin! Ha, 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 ha! Ihr ist aufgeschmettert So, drauf, bitches Wie war der Fuck? Wieso sind wir denn hier los? Wieso sieht ihn hier los? Wir sind Geheimragettenautos Oh Gott, und? Oh! Hahaha! 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 Geh weg! Oh! Oh! Was passiert? Nein, ich bin auf dem Kopf gekommen. Ja, meins hat so zwei, drei mehr MPS. Oh! Komm, 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 komm! Nein! Hahaha! Voll ging auf! Alter, mir schaut's voll runter. Noch ne Runde, noch ne Wahnsinns-Fa- Yeah! Ja! Ja! FACK! Hahaha! Hahaha! Das ist so witzig, wenn Lennart ausrastet weiß, er sagt einfach nie was. Nein, mein Moppet liegt auf dem Kopf, mein Rasen! Und dann rastet er einfach aus. Jetzt! Pff! Okay, alles. Hahaha! Maltech folgt ihr jetzt. Die ist ja eklig. Maltech. Ne, ne. Warum fahren die bei mir in den Berg rein? Direkt nach Speicher. Lennart! Lennart! Nimm ne Waffe! Lennart! 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 Oh! Das ist die falsche. Bei mir kommt auch keine Meldung, aber ich hoffe, sie kommt mit eines. Das ist die falsche. So. Hallo, du hast den Fleisch nicht. Hahaha! Hey du lex, ähhhh, du lex, du lex, du lex, du lex, du lex. Hahaha! Huuuuh! Das muss ich nicht! Ein graueres! Ey, das hat mir 6000 gebracht! 4530! Impossible, niggies! Lennart! 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 Huuuuh! Das war... Das kriegs von dir! Huuuuh! Erstmal gestorben! Das war ja mal richtig geil!